Vielleicht um Ihnen ein bisschen einen Einblick zu geben, welche Größe Sie im Showbiz schon darstellen. Dieses Duo ist schon auf der gleichen Bühne gestanden wie etwa Chris Rear oder The Cause. Sie waren mit Michael Flatless Lord of the Dance unterwegs. Sie haben für Präsident Putin gespielt und für Kanzler Schröder. Das heißt, wir sind in guter Gesellschaft. Und Sie kommen gerade jetzt zurück von einer großen, erfolgreichen Deutschland-Tournee. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die Space Violence.